Mein Name ist Donovan und ich bin ein Geheimniskrämer. Was ein Geheimniskrämer tut? Nun, er handelt mit Geheimnissen. Er spürt sie auf und verkauft sie dann an den Meistbietenden. Es gibt eine Menge Geheimnisse da draußen, die es zu lüften gilt. Jeder hat Geheimnisse, auch ich selbst. Mein richtiger Name ist ein Geheimnis, ebenso wie mein Aussehen. Guten Morgen, Donovan. Guten Morgen, Lydia. Was gibt es Neues? Die Bezahlung des Beisteinauftrags ist angekommen. Das monatliche Grundschreiben der Geheimniskrämer enthält nur die üblichen Floskeln. Die Wettervorhersage für den heutigen Tag ist weiter bis leicht berührt. Das klingt doch nach einem entspannten Tag. Vielleicht ein bisschen zu entspannt, aber wer weiß, was noch kommt. Ein gehender Videoanruf von Mr. Jackson. Auf den Schirm. Mr. Jackson. Was verschafft mir die Ehre? Mr. Donovan. Ich würde sagen, das Übliche. Es gibt da ein Geheimnis, das Sie für mich lüften müssen. Sie kennen ja meine Bedingungen. Worum geht es? Zur Genüge. Nun, Sie kennen doch sicher das Mamma Mia Pizza Eis. Ist es eine Pizza? Ist es ein Eis? Es ist beides. Mamma Mia Pizza Eis vereint das Beste aus zwei Welten. Der Geschmack von deftiger Pizza vereint mit süß-zartschmelzender Eiscreme. Mamma Mia Pizza Eis. Nur im Kühlregal. Ich bitte Sie. Jeder kennt das Mamma Mia Pizza Eis. Und jeder weiß, dass es eine geheime Formel für dieses Eis gibt, die außer dem Eigentümer der Mamma Mia GmbH nur ein kleiner Kreis von Eingeweihten kennt. Und Sie wollen, dass ich das Geheimnis dieser Formel für Sie lüfte. Ganz genau. Und was wollen Sie mit dieser Formel anstellen? Das, mein lieber Donovan, ist mein eigenes kleines Geheimnis. Hehehe, das sei Ihnen gegönnt. Geben Sie mir drei Tage, dann habe ich die Formel. Sehr gut, dann haben wir ein Deal. Jackson Ende. Ihnen auch noch einen schönen Tag. Lydia, schmeiß die Suchmaschine an. Es gilt ein Geheimnis aufzudecken. Untertitelung. BR 2018 head, untertitelung. BR 2018 in den Wörfer verabschieden. Peter! 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 Verdammt! Sie sitzen in der Falle, Mr. Dallazan. Was soll das? Wer sind Sie? Ich bin Geheimniskremerin. So wie Sie. Und was soll das Ganze? Ich bin ein Geheimnis auf der Spur. Genauer gesagt, Ihrem Geheimnis. Die wahre Identität des legendären Donovan. Für dieses Geheimnis würden viele eine Menge Geld zahlen. Es gibt keine Berufsehren mehr. Soll ich ihn zum Schweigen bringen, Ma'am? Aber, aber, Dall. Vergessen wir nicht unsere Manieren. Nehmen Sie ihm die Maske ab. Aye, Ma'am. Hä? Sie wollen mich doch verkohlen. Wichtige Regel. Immer eine zweite Maske tragen. Spaßmacher. Dall, runter damit. Aye. Hey! Dall, machen Sie sofort das Licht wieder an. Donovan ist entwischt. Das sehe ich, du Trottel. Hinterher! Verband. Verband. Er hat das Geheimnis deiner Identität wohl nicht entwischt abgenommen. Wie enttäuschend. Manches wird wohl immer ein Geheimnis bleiben, Ma'am. Ich betrachte Sie nicht für schlauert, Stahl. Verband mir. Eine. Hallo, Donovan. Hallo, Lydia. Wie lief es? Nicht so erbaulich. War eine Falle. In nächster Zeit keine Anrufe mehr von Mr. Jackson annehmen. Verstanden. Wie sind Sie der Falle entkommen? Hm. Hä? Wo bin ich? Ganz ruhig. Sie tun jetzt genau, was ich sage. Das ist wirklich notwendig. Ist es. Und jetzt setzen Sie den Helm auf und laufen in diese Richtung. Aha. Na gut. Ich denke, dieses Geheimnis werde ich erst mal für mich behalten. Verstanden. Ich mache dann Feierabend. Bis morgen, Lydia. Bis morgen, Donovan. Haben wir nicht alle unsere kleinen Geheimnisse? Wir machen uns auf die Bedeutung. Denn die Flynkek 붙 aprender messagesiki. Bis morgen, bis morgen, Vorsicht. Bis morgen, clash Owens. Untertitelung des ZDF für funk, 2017